Hallo, ich bin Jascha, ich bin Lead Data Scientist bei Lufthansa Technik. Wir haben sehr spannende Aufgaben, die es erfordern, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Technologien anzuwenden. Von einer Wirtschaft bietet sich einem relativ selten die Chance, derartig wissenschaftsnah zu arbeiten. Und gerade im Umfeld der künstlichen Intelligenz arbeiten wir sehr dicht an der Wissenschaft. Man spürt hier eine richtige Aufbruchstimmung. Die Kolleginnen und Kollegen sind voller Tatendrang. Lasst uns die Lufthansa Technik besser, klimafreundlicher und noch erfolgreicher machen als je zuvor. Bei Lufthansa Technik haben wir die Möglichkeit, die neuesten und spannendsten Technologien zu nutzen, um datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Wir verbessern unsere Prozesse mit prädiktiven Modellen und nutzen künstliche Intelligenz, um neue Geschäftsbereiche zu erschließen. Wir haben in der Vergangenheit einige bedeutende Verbesserungen durch Deep Learning erzielen können und darauf bin ich sehr stolz. Team Technik wartet auf dich!